Ich muss jetzt auf Hochdeutsch. Ich muss auf Hochdeutsch. Melli, was steht auf dem Plan? Wir gehen jetzt gleich in die Endurance CrossFit Class. Das heisst Routen, Pull-ups, Push-ups, Scots, alles Schöne in einem hohen Herz-for-Herz-Bereich. Wird spannend! Melli, warum hast du so ein roter Kopf? Es war so streng, es war wirklich streng. Um das Leben rudern, um das Leben Klimmzüge machen, um das Leben Liegestütze machen. Life is good. Ja, life is good.